Hallo! Willkommen zu Let's Play! Seven is to die! Seven is to die! Doch, bei mir ist Folget 2. Bei mir wurde eine Folge ausgelassen. Nicht mal aufgeloadet. Warte mal, ich ehrlich liegt im Berg. Nope. Ja? Der Berg kommt! Der Berg kommt! Weil ich eine gewisse Diskussion zwischen mir und meiner Mom hatte. Ja. Warte mal, ich bin... Es steht hier im Berg gerade, ne? Es ist eigentlich auch nicht gerade optimal, wie ich jetzt gerade aufnehme, aber... Aber... Ich muss jetzt einfach malen. Das ist verdammt laufend hier! Für die Ausnahme ist es nicht so lang. Ach, der ist tot! Nein, da kommt doch keiner. Oder? Ich erledige den. Lebt der noch? Der ist tot! Nein, ich weiß, der Zug. Aber ich will ihn ausmisten. Warte mal. Nein, ich weiß nicht. Oh! Ja klar, das ist, das ist unlogisch. Weißt du, was passiert jetzt? Sie schlägt mich in der Luft und ich werde in der Luft stehen. Du bist langsam runtergesackt. Ja, das ist, das ist unlogisch. Okay, das war jetzt auch komisch, wie du jetzt gesprochen hast. Da bin ich. Hi. Hallo, da bin ich. Hallo. Ich repariere mal meinen Boden. So. Boden repariert. Wie wärst du, wenn wir mal Action machen oder so? Ein Haus? Ein anderes Haus suchen? Oder wie wärst du, wenn wir das Haus zu Ende waren und dann weitergehen? Ja, dann brauchen wir Holz. Komm mit, bitte. Ach, der ist da hinten. Ja, ich komme. Komm, ich komme. Hallo, mein Freund. Nimm die Steine mit. So nimmst du nicht die Steine mit, die auf dem Weg sind. Einfach. Da ist die Bellen. Lauf hinter das Haus. Wegen deinen Nadeln. Ach, weh im Suche. Was war das? Oh, oh, fuck, 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 fuck Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja sicher! Guck mal, der kann einfach über die Stacheln drüberspringen. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot? Ja. Okay. Okay, gut. Boah. Puh. Ist ja noch ein Bär. Wir müssen uns langsam mal Waffen holen oder so. Also die richtigen Waffen, du weißt ja. Benni, wie wär's, wenn wir mal die Landschaft bepflanzen? Ach, ich mach mir kurz die Frames, ne? Ich baue mal weiter. Alter, ich hab fast ein Terabyte schon verbraucht. Also ich kann nur elf Stück machen, Benni. Benni, hier sind zwei Bären. Benni, wir müssen irgendwie eine Mauer errichten. Die Spikes. Später gibt's ja nur Springzombies. Da haben wir noch ein Problem. Oh, was? Das ist so weit. Okay, das ist so weit. Man. Oh, ich hab, das ist jetzt. Track the track. Track a friend. Track a friend. Track a friend. Track a friend. Oh, ich kann Holz mehr. Wo sind die Bären? Okay, du läufst so rum. Ich dachte schon, du läufst jetzt rum. Hast du bemerkt, dass die Bären sind? Sollen wir jetzt auch nicht mehr so schnell wachsen? Seltsam. Ich würde bespinnen einfach wenig. Das ist das andere. Hm. Alter. So ein Riesenbaum kippt einfach um in der Ferne im Nebel. Und du nimmst einfach so einen ganzen Baum auf. Mhm. So ein kleiner Zwerg hinten im Hintergrund. Darum nimmst du den ganzen Baum mit. Cool, jetzt drückt er wieder so einen Riesenbaum. Ich trinke jetzt was. Ich hab Durst. Mach als nächstes den Ofen. Auf Baum fällt. Auf Baum fällt. Auf Baum fällt. Und diesen Baum stimmten, ne? Diese verrotteten Dingern. Da kannst du hier finden. Da sind auch Sachen drin, ne? Ich weiß. Waren kriegt diese Glastosche nicht zu. Okay. So. Jetzt bin ich wieder da. Benny holt sich Stein oder was. Was ist das, was ich mir gerne holen würde? Wasser. Eine Wasserkolle am Haus. Aber wir haben kein Eisen. Wie kommt man hier aus Eisen? Ach, ich höre dir. Ja. Steine zerhacken. Wow. Da vorne ist Wasser, ne? Hau mit den Steinen hier. Arschloch. Netzer. Waren. Wir sind nicht die größeren. Hast du mich genannt? Wie hast du meine Mutter genannt? Deine Mutter. Oh. So? Ja. Schon aufgenommen, oder? Ach, da hinten. Was hier? Das ist so weit. Oh. Verdammt, hab ich nichts mehr. Verdammt, hab ich nichts mehr. Hm. Weißt du noch diese riesen Eisenader? Zum Glück. Ich kann orange Achsen herstellen. Mach mal, ich mach dir auch einen. Hä? Von was wird ich grad geschützt? Moment, vor. Erstmal die aufladen. Vor. Und weiter. LOL. Energie aufladen. Einmal geschlagen. Boom. Weg. Komm, hilf mir hin. Nein. Ich bin verwirrt. Wieso? So kann ich jetzt. Oh oh. Weißt du's? Ja. Ja. Komm. Ich hab dich schon gesehen. Was ist das? Scheiße. Das ist zum Rockimpfung raus. Darf ich bauen? Was ist das? Das ist das? Das ist das. Ja, das sind irgendwie grönischen Zombies. Wir brauchen Crossbow. Ja, das mache ich jetzt gut. Ja, shit. Also ich bin dabei. Ich brauche mir eine neue Steinachse. So, so, so. Baby, gib mal Holz. Weißt du was, ich mache uns ein paar Bandagen. Ich mache uns ein paar Bandagen, okay? Mach auf den Boden. Auf den Boden dann. Runter. Alter, die machen Geräusche. Mann. Oh, ich will eine Bandage machen. Alter. Ach so wird eine Bandage gemacht. Benni, willst du ein paar Bandagen? Ja. Hier. Ich habe das Gefühl, ich blute. Död. Död. 34 Woodframes. So, ich trink noch was. Ich habe Lust. Klee. Ach, Klee. Klee. Klee? Was findest du am Fluss, ne? Oder in der Erde. Klee. 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 Eli. Klee. 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 Vielen Dank.